Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und herzlich Willkommen zu Let's Play Together GTA 5, die Jagd. Ein Bambi, ausgewachsen. Hm, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das am besten erlegen. So, schön in das Blatt hinein. Oh! Da hauen ja alle ab. Gleich mal hier nachher. So. Oh, shit. Oh, ich kann nicht mehr anhalten. Oh, Gott. Oh, musste ja kommen. Okay, Wilderei haben wir begangen. Ich denke, wir gehen mal auf Mount Chiliad, aber ich habe echt keine Lust, mit dem Fahrrad da hochzugehen. Aus dem Grund habe ich mir mal die Freiheit genommen, um mit der Seilbahn hochzufahren. Aber erstmal muss ich den Berg hier runtercruisen. Hoffentlich überlebe ich das. Oh. Mit dem Mountainbike. Scheiße. Oh, Kopf-Dummy, Kopf-Dummy. Kopf-Dummy bin ich schnell. So, jetzt noch ein Looping. Oh, aus dem Looping wurde nichts mehr. Oh, Gott. No. Jesus Christ. Das musste ja kommen, außer Gefecht. Also, so viel Pech kann man ja eigentlich nicht haben. Da müssen wir gleich nochmal hin. Zum Glück war ich gerade da gerespont, wo die Seilbahn sich auch befindet. Hm, 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 hm. So. Oh, Mann. Das war anstrengend. Der Mochiliad ist direkt vor mir. Oh. Die Karre passt schon. Boah. Rein da. So. Machen wir kurz einen Prozess aus der Karre. Bullen fahren da sowieso keine rum. In dieser ärmlichen Region. Ja, ich habe ja noch keine Bullen gesehen. Oh, die Seilbahn ist ja gerade vor uns. Fahr mal lieber mit dem Auto hin. Ist es mir auf jeden Fall lieber. Das war aber echt eine blöde Aktion von mir jetzt. Da fahre ich den Berg runter. Raster. Spürt sie mitten auf der Straße. Oh, klar. Natürlich. Oh, Gott. Da vorne ist ein blauer Punkt. Ein bisschen die Bullen. Oh, Gott. Jetzt muss ich hier noch nicht ins Wald fahren. Durch das Wäldchen muss ich fahren. Na, was gibt es denn hier für Radios? Ich habe schon Stevie Wondergirl, Phil Collins und noch die anderen. So. Da vorne ist die Seilbahn. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich kein Reh töte oder so. Hey, Rehchen. Ach, Mist. Das Reh haut ab. Dieses blöde Vieh. Vielleicht wird es jetzt gleich angefahren. Ah, schade. Naja, beim nächsten Mal erwische ich dich. So, da ist die Seilbahn. Da fahren wir jetzt gleich hoch. So, parken wir direkt da vorne. Wunderbar. Das passt schon. Ich muss schon ganz klar sagen, dieser Rehver ist wirklich der charakterstärkste, äh, Charakter in GTA 5. Muss man ganz klar sagen. Also, den spiele ich wirklich gerne und auch am liebsten. Jetzt müssen wir mal rennen. Dass wir die Seilbahn nicht verpassen. So, das überspringen wir. Weil das dauert mindestens 6 Minuten, muss man oben sind. Dafür haben wir wieder frische Bergluft da oben. Frische Bergluft bedeutet auch, dass da oben dieser Berglöwe rumgeistert. Ist so ein komischer Löwe. Der frisst gern Menschen. Wurde ich auch schon attackiert von so einem Bergluft. Wisst ihr, was ich da so sage? Ja, ja. Dazu sage ich das hier. Kriegen die meine Shotgun zu spüren. Da geht es wirklich runter, Leute. So, da oben ist der höchste Punkt. Das ist der Mount Gilead. Da oben ist sogar was eingezeichnet. Süd-Erwübe. Ach ja. Was, 1 Dollar? Durchzugucken? Ja. Ja. Schön. Schöner Ausblick. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir Base-Jumpen können. Oh, was sind das hier? Das sind die Bikes schon am Start. Ja, komm, Leute. Versuchen wir es. Oh, Jesus Christ. What the fuck? Parashoot, öffne dich. Yes. Oh Gott, das ist knapp hier. Leute, wie geil ist das denn hier? Ich habe den Sprung noch überlebt. Gut, dass ich ein Fallschirm noch eingepackt habe, sonst wäre das nicht so gut geendet. Wo sind wir denn? Ah, da vorne ist der Strand. Da müssen wir hin. Wir müssen noch hier ein paar Chicks aufreißen, Leute. Funktioniert mein Handy eigentlich? Ah, cool. Oh, scheiße. Händi aus. Wo landen wir denn? Sagen wir was? Wir landen auf dem Boot da drüben. Oh, nee. Wir murksen den Typ da unten ab. Den murks mal jetzt ab. Komm. Volllandung in die... Puff, tot. Ja, toll. Ja. Aber es hat mir Spaß gemacht, Leute. Ich sage auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Games. Komm auf, da bleibt es hier schnell. Mann, oh Mann. Ciao. Und bis dann. Was haben wir denn da noch? Moin. Was haben wir denn da noch? Was haben wir困pt? itchy. Ich begrüß das.